Die vierköpfige Kowalski-Familie lebte ein glückliches Leben, als Tochter Maja plötzlich begann, unter starken Schmerzen zu leiden. Und schnell war sie auch motorisch eingeschränkt. Ein Schock. Maja konnte nicht mehr gehen, die Arme bewegen und die Schmerzen wurden unerträglich. Erst durch eine Untersuchung bei Pharmakologe Dr. Anthony Kirkpatrick wurde die seltene Diagnose CRPS gestellt. Doch sorgte ein starker Rückfall 2016 dafür, dass Maja im Alter von zehn Jahren von ihren Eltern ins John Hopkins All Children's Hospital in St. Petersburg, Florida gebracht wurde. Allerdings wurde dort davon ausgegangen, dass Maja simulieren würde. Eine andere Behandlung wurde eingeleitet. Der Zustand von dem Mädchen verschlechterte sich und Majas Mutter Beata kämpfte darum, dass ihr Kind wieder mit Ketamin behandelt werden würde. Dies rief die Sozialbehörde Floridas auf den Plan, die Beata unterstellte, mentale Probleme zu haben. Und als Folge, Maja soll unter dem Einfluss ihrer Mutter so gelitten haben, sodass das Kind Krankheitssymptome entwickelte. Diese psychosomatische Erkrankung gibt es wirklich und nennt sich Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Beata wurde prompt Missbrauch vorgeworfen. Maja wurde drei Monate im Krankenhaus festgehalten, bis ein Gericht über den Fall entscheiden wollte. Die Trennung von ihrer schwerkranken Tochter, der schier ausweglos scheinende Kampf gegen die Bürokratie des US-Gesundheitssystems und die furchtbaren Anschuldigungen brachten Beata dazu, sich das Leben zu nehmen. Kurz danach wurde Maja entlassen und der Obhut ihres Vaters übergeben. Aber natürlich ist nichts im Leben der Familie Kowalski wie früher. Die Familie forderte Gerechtigkeit und verklagte das Krankenhaus. Nun werden der Familie umgerechnet 297 Millionen Euro Schadenersatz vom Krankenhaus zugesprochen. Über die dramatische Geschichte der Kowalskis wurde 2022 in der Netflix-Dokumentation Take Care of Maja berichtet.